Dämpfer vielleicht aufmachen Dämpfer vielleicht auf dem Dämpfer verdammt von breit auf verdammt zugebuchert 3,4,1 ja doch rechts die kommen jetzt ein paar stufen die sind assi wenn ich die gleich fahr wirst du sehen warum krabbenfelsen ok servus dankeschön auch ein loch mein linker schoner rutscht gerade vom ellenbogen hier Bis zum nächsten Mal. mach mal halt, mach mal halt, mach mal halt ja ich grab mal vorbau ist locker äh, steuersatz dann kann ich dir nichts mehr anziehen dann machs gleich war eh ganz gut das anhalten, meine kamera war aus aber kratzig eben Achtung Kawin всё nr so camp ge hier jetzt Okay. Ah, verdammt. Ja, war doch. Habt ihr einen Stein mitgenommen, wie man gehört hat, sehr geräuschvoll? Ja, ich hätte meinen Dämpfer aufmachen sollen vorher. Ja, ich hätte meinen Dämpfer aufmachen sollen vorher. Ui. Ui. Flurspaß. Nein. And again. Okay, ich muss also früher mit dem Vorderrad rein. Okay. Okay. Bei mir war jetzt so, diese Metallschweben. Ja, die irritieren jetzt gerade ein bisschen. Ja komm, ich steig auch ab. Scheiß drauf. Ja, jetzt sind wir genau da. Hast du eben gesehen, wie fein ich gewendet hab? Nein. Ei, ei, ei. Guten Tag. Alter. Ich hab auch schon die Zeit weg aufgesessen. Ja, ich war eben ein bisschen irritiert von dir, weil du anhaltst und dann der Untergrund. Da wusste ich eben nicht, wo ich hingucken soll. Strecken führen wahrscheinlich. Nee. Da war gerade der Meinung, ich hatte einen Unfall. So. Müssen wir jetzt hier links runter. Links, okay. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. ich habe gerade eine gute position, ich habe gerade eine gute position, vorderrad liegt aber an dem felsen an ich gucke gerade wie ich das am besten jetzt mache, aus dem stand raus, weil jetzt soll ich nochmal anlauf nehmen, aber mit kurven glaube ich diesmal nochmal, weil die ging eigentlich recht gut ja so geht es ok die line sollte man gut sich anschauen wow oh 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 alter es war zwar nicht sauber, aber es war einigermaßen flüssig Oh, scheiße. Ja, toll. Boah, sturen Scheißzammel. Und ich glaube, ich habe Dreck im Lager. Irgendwo. So, es knackt. Irgendwo habe ich Dreck im Lager. Es knackt. Tja, jetzt sieht man wie ein bisschen berg hoch. Ja, das hat so das Mond-Bike fahren an sich. Mal rauf, mal runter. Da hinten waren wir irgendwo. Ja, zwischendrin. Das Mittelding, da waren wir. Da wo die Dinger sind, sind sie geklettert. Und dann sind wir um den Turm einmal außen rum. Und dann runter und hier wieder hoch. Ja, ist schon was Schönes. Ah. Ja.